Lilly hat mir erzählt, dass sie viel Sport macht und so. Ähm, Andi, du könntest ihr doch mal dein, äh, dein Dings, ähm, zeigen, dein... Mein was? Na sag schon, dein Dings, dein, äh... Penis. Was hältst du eigentlich von den Teamfrisuren? Wie kürzer die Hecke? Ein bisschen größer das Haus. Scheiß. Was ist denn los? Grüßt du mir? Wieder draufreißen. Bist du bereit? Auf drei, ja? Ahhh! Hast du dich? Ja, ich dachte, je kürzer die Hecke, desto größer das Haus. Das Haus bewegt dich.